Hola, die Treffelmäuse grüßen euch aus Spanien zum zweiten Adventshunter ganz herzlich. Sie haben seit gestern einen neuen Mietwagen bekommen, einen Fiat 500, den aber seniorengerecht, extra lang und hoch. Die erste Tour haben wir drei miteinander gut überstanden, er fährt sich tatsächlich wie ein Auto. In den nächsten Tagen fahren sie damit schöne Strecken in Spanien ab, die sie natürlich im Internet beschreiben werden. Dann sage ich mal Adios und eine...